Was sind das denn für Vögel? Das sind ja alle sehr komisch, denn die. Da wechseln... Oh, die wechseln... Oh, Leute! Schön, dass ihr wieder da seid. Da wird Zeit vergangen. Letzte Woche habe ich auch aufgenommen, aber leider ist das irgendwie kaputt gegangen, diese Folge. Ja, ja, ich hab nicht aufgepasst. Aber jetzt gibt's wieder Folgen, zweimal die Woche. Nicht vergessen! Ich versuche mal Dienstag und Samstag Video hochzuhören. Ja, ja. Oh, schön, dass ihr auch da seid. Ja, ja, da muss man ja. Oh, jetzt... Ja, nicht anlehnen. Ich weiß, ich bin Gott. Äh, Chef sagt immer nicht anlehnen. Na, na, das macht man nicht. Ich bin nicht schwer. Das ist mir bewusst, ja. Oh, wir haben ja jetzt Muttenroschi hier. Und der macht bald Gott. Aber ich muss jetzt gehen. Es wird Zeit. Ich muss aufsteigen auf einen neuen Gott. Ja, ja. Oh, Muttenroschi. Ja. Du kannst jetzt richtig Gott sein. Ja, ja, das kannst du bitte nicht. Oh, Gott. Ja, ja, Gott. Das meinen sie ziemlich ernst, ne? Ja, ja. Pucco ist ja da. Der macht das schon. Der hilft mir immer. Ich hab's ja sowieso nichts anderes zu tun. Außer runtergucken. Ja, runtergucken. Ach, das ist immer so, ähm, ja. Ist ja nicht viel. Ja, runtergucken. Aufpassen. Oh, Pucco macht am meisten hier. Immer Gras sauber. Oh, das ist echt traurig. Ja, ja. Grasputzen. Hab ich nie gemacht. Mein Leben. Ja, das muss ja auch sauber gemacht werden. Oh, hat man über mich geredet? Ach. Ach Gott. Sehr traurig bei denen. Ich muss putzen. Gras sauber machen. Ah, hab viel zu tun. Oh, Vögel zwitschern. Oh, mein kleiner Vogel. Komm her. Oh, ja. Das ist nett. Aua. Hat gebissen. Mach weiter sauber. Ach. Ach. Das ist sehr komisch hier. Sehr, sehr komisch. Was wir hier so machen. Grasputzen. Wie kann man nur Grasputzen? Wie kann man nur ein Gott sein? Der arbeitet ja bei uns in der Firma. Der soll nicht mal so tun, dass er ein Gott ist. Nein, nein. Das ist nicht. Okay. Oh, ich verschwinde hier lieber. Sonst bemerken wir mich noch. Na ja. Da kann man nichts machen. Oh Gott. Danke schon. Gehen Sie ruhig. Ja, ich mach das schon. Ja. Dann auf Wiedersehen. Wir sehen uns Gott. Auf Wiedersehen. Ja, ja. Ja. Das war's, meine Lieben. Jetzt werde ich gehen. Aber, Rashi, auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Ja. Das waren noch Zeiten. Daran erinnere ich mich. Immer wieder. Sehr gerne. Ja, ja. Ich gehe rückwärts. Und dann gehe ich zum anderen Gott. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Oh. 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 Altes Haus. Was machen Sie denn hier? Oh. Autsch. Oh. 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 H rabbiist. Ah, hab ich ja mal früher trainiert. Ach. Sie sind Gott jetzt. Das is, das is, das is, that is, das is. Krass ist das. Warum bin ich nicht Gott, ja? Ich wollte ja nie Gott werden. Ah. Oh. So traurig. Oh, Goko. Du bist aber stärker. Da komm ich gar nicht mehr hinterher. Aber ja, was machst du hier? Du hast ja nichts verloren. Geh mal wieder weg hier. Das gehört sich. Oh nein, der auch noch hier. Goko. Schön, dass du hier bist. Oh, alter Mann. Du bist auch hier. Ach. Bist Gott jetzt? Warum will ich nicht Gott? Ich will lieber Gott als Störung werden. Das ist ein altes Haus. Bist du Freund? Ja. Oder jetzt Feind. Heute ist das egal. Meine Schmuse-Katze. Ja, ja, Goko. Das schaffen die schon. Arbeiten sie einfach hart. Dann packen sie schon. Das ist schön, dass du hier bist. Mein kleiner Hase. Wollen wir ein bisschen spielen gehen? Ja, ich komm. Die können sich nicht zusammenreißen. Ich bin sehr, sehr traurig. Ja, ja, sehr traurig. Ach. Was machen wir denn? Gehen wir einfach runter gucken. Ja, genau zu tun. Zuschauer, ihr seid ja auch noch da. Ich werde alt. Aber jetzt nicht mehr. Wir haben uns darüber geredet letztens. Alt wird man nicht. Nur wird man reif. Für Gott. Ja, das reimt sich. Das ist gut. So, ich geh mal arbeiten. Und wer? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir können ja noch ein bisschen aufnehmen. Ich weiß nicht. Können wir machen. Was gibt's hier noch zu tun? Ich weiß es nicht. Oh. Was ist das denn für? Was sind das denn für Vögel? Das sind ja alle sehr komische denn die. Da wechseln... Oh, die wechseln einfach... Ein an Gott aus. Wie geht das eigentlich? Ach, dem kann man nicht mehr helfen. Ich muss mal... Mal wieder was tun. Weiß nicht. Ich bin ja jetzt einfach mal hier. Und ich guck mich um. Er guckt schon rüber so. So komisch. Dass ich ja nichts verloren habe. Wo soll ich denn hin? Ich darf nirgendwo mehr hin. Ach. Geben wir einfach nirgendwo hin. Ja, ja. Das ist eine gute Idee. Einfach nirgendwo hin. Dann gehen wir mal hier nirgendwo hin. Oh. War das nicht Sinn? Oh. Was macht der denn wieder hier? Oh. Ganz komisch. Oh. Der ist stark geworden. Oh. Der hat aber nichts verloren. Gut, dass er weggeht. Er hat ganz, ganz komisch geguckt. Oh. So sollte man nicht mal gucken wie früher. Nein, nein. Aber ihr weißt schon was er macht. Er ist alt. Er ist, er ist, er ist, er ist, er ist erwachsen. Ja, ja. Er ist nicht dumm. Er ist sehr schlau. Das wissen wir alle. Oh. War das verloren hat. Er tröpst. Naja. Und wir? Gehen wir jetzt an der Arbeit und gucken runter. Ja, wir wären ja genau zu dauer. Er ist zu tun. Okay. Dann macht's gut meine Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt. Oh. Eine Gottesfolge von Planet Gott. Ne, ne. 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 Ich sollte mir das mal überlegen für die Folge. Ne. 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 Eine. 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 Eine Bankfolge. Ja. Eine Bankfolge. Eine Bankfolge.